Was schon habt ihr eure Stegos? 6.000? Nein, 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 7.200. Nämlich? Boah, schon. Hey, Twix, was, was? Ja, Twix, Alter, was soll ich Anmerkung? Das ist doch kein Disrespect, Alter. Das ist doch kein Disrespect, Alter. Das war ein bisschen disrespektvoll. Macht ihr jeden Tag die Stegos? Bei uns haben die Babys nicht, so weißt du. Überlebenschance ist unter 50%. Weil bei uns, weißt du, die claimen die, die schmeißen die auch raus, die machen mal den Imprint, aber die vergessen zu fit haben, so. Man hofft einfach, dass jemand anders fit hat. Und wenn's nicht funktioniert, dann claimt man nächsten Tag wieder welche. Meistens nur nach dem vierten Tag kommt jemand durch. Das ist halt die Einstellung bei uns. Boah, wird doch nicht so betrieben, Alter. Doch, nee, ist ehrlich so. Ist ehrlich so. Du warst nicht da. Also, ich muss sagen. Stell dir vor, die schmeißen so 50 Giga Eier raus. Ja? Die verrengen alle. Soll ich dir mal zeigen, wie Rachel breedet? Pass auf, ich zeig dir jetzt ein Bild. Boah, ich wage da so gegen Chinesen mit Kämpfen. So guck ich so, ob jemand so uns nebenbei ist auch immer, ne? Ja. Ja, ja. Ich zeig dir jetzt ungefähr so, ne? Das ist ne typische, aber ist nur Nacht so. Tagsüber stirbt nicht so viel. Wieso? Komm mal. So sieht ungefähr bei uns ein... Das ist ne typische Iwan-Nacht hier. Ich dachte, ihr seid die Elite. Da sind wir doch auch... So sieht so ne Nacht aus. So startet ne Nacht so. Du siehst auch so währenddessen so zwischendurch einer so Cryety, weißt du? Das ist aber nicht schlimm. Da wird mal weggeguckt. Dann mal hier so ein paar Gatchas am starten. Da so ein paar Giga, Giga, Giga. Wenn mal Glück ist, ist es auch Mel. Das ist unser erster Ele-Gacha, Twix. Unser erster Ele-Gacha ist bei 9,9%-Fahrung. Ey, das ist doch nicht real gerade. Nein, das ist wahr. Auch die Geschichte mit dem Ele-Gacha mit den 9,9%. Das ist real, Digger. Das hat sich genau ausgedacht. Das war so, Alter. Das ist real. Ernst, du musst mir glauben. Das ist so. Aber ist lustig. Wir haben immer was zum Lachen. Das ist was wichtiges. Ihr kennt doch hier, erster Giga-Breed, ne? Das erste Giga-Eye, wo man dann denkt, wer kriegt das und so. Ich hab das bekommen. Ich hab das durchgezogen. Ja, bei uns kriegst du das immer, ist klar. Aber bei denen war das halt so, da hat das irgendein random bekommen. Pass auf. Irgendein random, Digger. Die haben sich erst irgendwie rumgeschritten. Wie redest du mit der Ivan-Army? Irgendein random? Das war nicht die Ivan-Army. Das war meine Eiskälfte. Ach so, okay, okay. Pass auf. Ja, da ist das in Ordnung. Die streiten sich halt erst übelst lange darum, wer diesen Giga kriegt. Und dann schmeißen die das Ei raus. Und zwei Stunden später kommt einer und sagt, ey Leute, wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Und dann rennen die durch die Basis und das Ei ist nicht mehr da. Und wahrscheinlich haben die das einfach irgendwo rausgeworfen, wo die Kate ist, Alter. Die waren so krass. Ach so, die haben die Air-Conditioner vergessen. Ich dachte, dass du sie so viel erzählt hast. Es gibt immer was zu tun bei uns. Ey, aber Murka, man muss sagen, overall, wir haben jetzt ein bisschen drüber gelästert, was wir alle verhundert haben lassen. Aber es gibt auch übelst viele Viecher, die durchkommen ohne Scheiß. Ja, klar. Wir haben auch eine gute Crew, die kümmern sich auch wirklich umeinander und so. Ja, natürlich. Das war gut. Ne, die Iran-Army war mit einer der stärksten, so. Aber man muss auch sagen, ein bisschen ist die Luft draußen, weil es gibt halt keine Gegner mehr, gar nichts. Es gibt nur noch diese eine Cave, so. Und für die Cave uns fehlen halt, wir haben, keiner hat Dino-Cheese oder so gemacht, ne. Das macht halt das Ganze enorm schwer. Ich habe halt gehofft, ich habe wirklich gehofft, dass es ein bisschen mehr PvP gibt auf Genesis, aber... So, deswegen habe ich ja Bloodstalker gemacht, aber da ist ja gar nichts. Wir hatten in der ersten Woche schon alles geradet, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem ultra viel Spaß für dieses ganze Tamen von Bloodstalker und so. Habe ich ja vorher noch nie gemacht. Also nicht so, das hat übelst Bock gemacht. Du hast Husus? Ja, ich sehe, ich habe alles. Ich habe alles außer Quetzel und Tropios. Aber es ist keine Quetzel? Ich habe Babys, aber... No, gar keine Quetzel. Oh, oh, shame. Wieso shame? Naja, weil... Übrigens, ich habe noch einen Quetz-Shibi in meiner... Zuhause in der Base. Zuhause in der Base. Wie lange ihr überlegt habt? Zuhause. Zuhause, Digga. Alter, das war irgendwie krass, dass wir uns den Post raushängen lassen. Es ist aber auch so selten, dass Leute Props geben. Auf einem... Oh, jetzt geht es los? Wo kommen die denn auf einmal her? Na, das waren auf jeden Fall Ehren, Männer. Alter, Pri... Oh, da ohne dich. Du hast nichts angesagt. Du hast nichts angesagt. Da geh ich aber mit. Da geh ich aber mit, du. Digga, das ist... Oh, fuck. Ich will da auch mit. Ich wollte mit Rocketrunnen. Ja, ich werde zu Fuß. Ich werde jetzt zu Fuß. Ich habe 250 Move und Speed. Ich habe vergessen, auf Wake zu skillen. Ich kann... Ich kann nur einen Flak und Rocket Launch ertragen. Da ist es auch schon wieder voll. Stell dir vor, er hat... Er hat... Er hat... 100 Wake. Damit ist das Thema schon abgeschlossen. Der Versuch war schön, aber man hätte ein bisschen warten sollen, bis die Y-Plants weg sind. Aber ich hoffe, ihr habt so genug Stegos so an sich, oder? Ist aber auch nur dein neue Storm, oder? Die haben abgebrochen. Kann sein. Jaja. Sehr gut, Jungs. Da kommt einer nach vorne. Der droppt gleich einer. Der hat einen Cryo in der Hand. Der gloppt. Macht euch ready. Ich gehe auf Kansons Dings. Ja, ich grab ihn. Nee, der Placed Y-Plants. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, Junge Kali. Alter, dieser Call einfach. Was ein geiles Ding, du. Na, der hat nix. Jawohl, das sah irgendwie fertig aus. Für mich sah das aus wie ein Cryopod. Ey, ich hab dir das mal wirklich geschehen, Alter. Du bist ein Gut mit der Spiller geworden. Oh, was schießen die? Das ist der Teammates, der hier ein bisschen auf mich ballert. Digga, wir haben so fucking viele Raketen. Was willst du dir auf mich ballern? Nein, 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 nein. Die schießen da runter. Also, die schießen von da oben. Ich hab nur nie mal zurückgeschossen. Warum hast du zurückgeschossen? Ich hab zu dich geschossen. Ich hab zu dich geschossen. Ich geh da so zurück. Digga. Das war zu kurz. Ich jetzt. Das muss mal, das muss mal klippen, Alter. Ohne Witze. Ich geb so Warnschuss zurück. Ist ganz komisch, Digga. Ey, was für Warnschuss, Bruder. Der hat ja sessen mitten in die Cave drin, Alter. Mann. Der ist so schön draußen, ne? Und ich bin seit drei Tagen gekältet, ey. Digga, das ist so schön draußen. Als ob du jemals rausgehst. Und ich bin falsch rausgegangen. Ja, wenn du Müll rausbringen musst. Äh. War die letzten Tage oft grillen? Ja, der... Wo hast du grillen? Du bist hingekommen und gesagt, wo der Essen ist fertig. Ja, das... Ja, zählt doch. Du... 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 Kalli, komm mal. Nimm mal bitte die ganzen Kids hier. Die stapeln sich schon. Ja, Bruder, ich komme. Aber ich bin irgendwie... Ach, der Sturm. Ich denke, ich bin overloaded. Aber der Sturm macht das... Ich langsam lufe. Das ist ja... Das ist ja tricky. Jetzt lootet das durch. Ich geb dir Deckung. Es kommt einer! Wir brauchen doch keine White Plants. Ja, aber ich hab White Plants gelootet, also brauchen wir die. White Plants? Why? Wieso heißen die Plants? Why? Why, Bruder, why? Ja, aber was macht der mit der Attack Rifle? Willst du den mal grabben? Nein. Der macht Faxen. Wie denn? Mit dem Grappling Hook? Ja, mach du mal. Komm, du runter. Ich geh auf die Spinne und dann grappelst du. Okay? Mach mal so früh. Nee, nee, nee. Nee, dann ist es nicht mehr lustig, ne? Ich hab doch 100 White, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Es ist... Hier. Alter, der ist rinierend! Ja, aber der ist ein Nackerdai. Trotzdem getötet. Äh, RealSolid, du guckst, ähm, Ark. Zeig mal den Dino damit, damit man erkennt, dass es ein Dino-Game. Das ist Ark, da ist ein Dinosauri, der. Ein Teresinosaurus. Moment. Mooka, die grabben nicht gleich drin, geh da weg, Alter. Warte, warte, ich bin nicht gleich dabei. Mach damit, Mooka. Geh weg. Mach noch mal. Mooka, ich hab noch mal. Lustig! Ey, ich fass, fünf Uhr, Alter. Es ist fünf Uhr. Und die Lachse über Kipps. So, Kille, 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 Kille. Warte. Kille, 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 Kille. Warte, mach. Uiuiui, mein kleiner Süßassatz. Ich meine. So, ich zeig dir jetzt, wie man den f***t. Zeig mal. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Boom. Lol. Hops. Uts. Soll ich dir mal was zeigen? Pass auf. Sag mir mal, wenn ich ihr gekillt werde, okay? Ich hol mal irgendwas. Was? Nein! Digga! Die gucken in den Stream. Nein! Nein! Er ist nicht weg. Er ist unsichtbar. Er ist unsichtbar, Jungs. Er ist unsichtbar. Ali ist auch nicht da. Die schießen auf ihn, Alter. Ey, der ist doch sogar wirklich. Ja, die schießen auf ihn nicht. Ich stell mein Teri davor. Walla, das ist so ein Hund. Walla. Hör auf den Streamsnipern, Junge. Was ist los mit dir? Uruk, Alter, geh weg. Die Rocket Run! Die Rocket Run! Ja, was haben die denn hier für einen Rocket Run-Versuch? Wir haben doch gar keine Turrets. Digga, die haben auf dich geschossen. Die wollten dich AFK snipen, die scheiß Streamsniper. Ich baite die jetzt, okay? Ich zeig euch jetzt noch was, Chat. Ja, aber komm, die. Komm, die. Warte kurz. Komm, die, hä? Warte kurz. Komm, die, hä? Warte kurz. Komm, die, warte. Das wird geklippt. Das wird geklippt. Das wird geklippt. Der Welt hat nicht geklappt, Jungs. Der Welt hat nicht geklappt. Aber war ein Versuch wert. Nicht töten. Bruder, wir haben nicht mehr viele Y-Plans. Hör auf mit der Scheiße und bring die mal um mit deiner Spider. Nein, der hat ne Clown-Maske an. Ist in meinem Theri? Ja, die hab ich jetzt an. Ja, gut. Digga, geh da mal bitte weg. Geh da mal bitte weg, Bruder. Du bist da... Ist nicht sicher, wie du das stimmst. Du bist... Ne, mach mir ne Leiche bitte. Du musst einfach die Maske anziehen. Ich bin wie dein kleiner Bruder. Das glaubt uns keiner. Wer ist von uns der Uneheliche? Digga, das ist wie bei so ner Fotosession. Ich mach grad 20.000 Screenshots. Und jetzt mach mal ein Emote. Mach mal ein Emote, brother. Ooooooh. Active, active. Oh, yes. Show me your sugar, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Warte. Ich mach dir die Bruder weg. Warte. Ach, ich hab ne Bruder? Warum mach ich jetzt ne Bruder? Warte. Äh. Du musst mir die Bruder auch nicht wegmachen. Das ist okay. Nein, nein. Du kannst nicht stehen bleiben. Ey, scheiße. Ich brauch schnell nen Cry-Pod. Gib mir schnell nen Cry-Pod einer. Einen Empty Cry-Pod. Ey, was hat der für'n Char mit dem roten Haar? Und das für'n Face? Mit dem Sonic? Mit dem Sonic? Das ist Basso, Digga. Ey, Basso. Basso. Man sieht einfach nur dunkel. Da steht irgendwo nen Mana rum, Digga. So, Genesis Code würd ich auch füllen so, ne? Wo steht nen Mana? Lass ihn ficken. Irgendwo steht nen Mana rum mit nem Pit oder so. Hier in der Nähe von unseren Turrets. Das hat Bassof grad in Yummy Cold. Ist der hier oder was? Warte ab jetzt. Ne, hier ist n... Ist n hier gestorben. Ist einer von ihnen gestorben. Ist da nen Kit? Effe Astro. Warte. Ach du Scheiße, ich hab ne halbtote Weihwand rausgeknallt. Und ich hab das im Stream gesorgt. Warte, 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 warte. Boah, hier Digga. Nimm. Guck mal. Hier, halbes Kit hier. Oh. Wo ist der Mana? Tot. Ich lass zu zweit noch kämpfen, Gingi. Die kommen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.